hallo und herzlich willkommen zur ausgleichs zum ausgleichswettkampf gegen rebelados aus so wie es aussieht brasilien oder portugal ich glaube brasilien und ja die haben noch musste gar nicht zurück in null und wir haben noch 18 und jetzt bin ich doch zurückgegangen und das wollte ich nicht und wir gehen rein wer bist du denn okay okay dann okay gehen wir mal rein würde ich sagen okay der war flach ich wollte noch kurz an die wetter die message senden gibt mir doch bitte gelb aber die wollten nur lila rausrücken und ja dann dann ist es halt lila und ja ich spiele das regat kostüm und ja es ist vollkommen okay ist so zu spielen wenn ihr direkt nach dem ausgleich ihn an macht was wir jetzt tun wer denn so zack jetzt haben wir gelb in die mitte gespielt jetzt haben wir diese wieder und zwar versuchen alle auszulösen so zack eloise würde glaube ich auch sterben was macht er dann macht er auch er macht doch auch dann lösen wir die eloise ich drücke einfach den button ich drücke denn hier ich drücke dir einfach mal du bringst dich ja jetzt selbst um genau und nach mir kommt der ausgleich deswegen lassen wir das jetzt nicht mehr zu machen wir den dann beten wir mal dass die beiden sniper das überleben und dann haben wir gewonnen sie überlebt auch so schön und sie überlebt nicht das war spinal so roche enrique roche enrique roche okay hier kann man irgendwas spielen was ohne minions ist und da habe ich doch direkt an dieses team gedacht so so ist die aufnahme eigentlich ja läuft gut so in dem team spiele ich den regat übrigens immer ohne kostüm ja nicht dass er denkt ich macht mein stoffer hat der ninja truppe mein sturmfang hat der ninja truppe herzlichen glückwunsch herr sturmfang kann ja sein dass die sie sich diese truppe schon immer gewünscht haben aber ich habe mir nicht gewünscht dass sie diese truppe haben schwierig aber wir kriegen jetzt sechs auf einmal weil da einer angenehm hinterher gefallen ist und das heißt wir haben den proteus gleich aktiv und wir stehen auch kurz davor unsere roten aktiv zu haben und links wird nichts auslösen weil der proteus halt aktiv ist und das aktuell noch nicht gereicht hat wir nutzen noch nicht den regat es ist einfach noch nicht notwendig und das passiert wenn sturmfang eine ninja truppe hat ja meine damen und herren das passiert anstatt eine fünf amana truppe so einer mit dem element ist da und naja ist okay jetzt kann man das nämlich machen zack zack und jetzt kommt der ausgleich und dann spielen wir den brot aus rechts so einfach mal hatte die lebt ja noch wie viel hat die dann noch 27 das war aber nicht abgemacht kommt hier mal bitte ein bisschen rot wir müssen jetzt wir müssen das jetzt so machen so danach ist ja der bull am start ich weiß dass die marianne und eigentlich auch nur noch ein todes ein schubsen vom tod weg wäre aber mal gucken was der bei war jetzt macht ja krasser typ übelst denn der vier ja jetzt spiel mal rot in grün das ist wohl verherren für die it von 95 aber für die wäre auch andere sachen verherren schon okay ich bin mal langsam oder ich bin mal langsam so zack 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 und so und rein und hoffen und beten der spinal hat nur 48 gebracht warum mache ich den angegriffen egal weg ist weg das ist gut dann können wir nämlich den hier machen und dann rutscht grün so nach dass wir danach zwei grüne matches haben ach warum habe ich das getan weil ich manchmal dumm bin so so zack herrin sei brav sei brav herrin oh brav herr wobei ludwig ist glaube ich in dem modus eh nicht das was man anstreben sollte ist hier irgendeine aus nö so kollege dann machen wir mal den an zur sicherheit machen den an machen den an drücken das und jetzt sollte uns eigentlich nichts passieren wenn die auslösen also eigentlich wirklich nicht kannst du mal ein bisschen ausweichen da drüben ja kannst du ein bisschen oh mein gott mortegalein 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 so zack zack wir haben ja noch unsere kaddi aktiv da wurde ausgewichen jetzt haben wir die herren gleich wieder können unsere kaddi spielen haben die herren und drücken auf den spaß knopf dann hoffen wir mal dass hier ordentlich gedutscht wird so ordentlich so hier hat ja die lady geholfen deswegen machen wir den jetzt weg bevor sie vergisst zu helfen dann drücken wir mal die gelben und dann drücken wir nochmal die grünen und nö drücken wir nicht wir drücken rot weil rot schön ist so und da kriegen wir jetzt kombi und weg und chirurgie so noch drei was haben wir denn noch team prüfen das team das team das team ok dann so und jetzt nochmal prüfen hier genau nicht dass wieder dass wir den sturmfang machen so uns fehlen jetzt noch 76 punkte zum win ja no pressure blau in rot das hat schon mal gut weh getan dann drücken wir hier vielleicht kommt ja blau nach oh ja es kommt blau nach aber wenn ich blau spiele dann zerstöre ich mir rechts das lila match was ich eventuell brauche das will ich ja nicht so aber ich sehe zwei blaue matches ich weiß nicht wer sie zu dem zeitpunkt auch schon gesehen hat so so machen wir den jetzt kommt der ausgleich dürfen wir dürfen wir ja ich denke wir dürfen warten ja du musst doch nicht etwa auslösen mhm ok wir machen trotzdem bum bum so in dem moment müssen wir es anders spielen als wir wollen wir müssen nehmen wir gar nicht wenn man erstmal den den mist weg dann machen wir das dann ziehen wir die frieda durch und dann sollte der kobalt den rest auf der rechten seite einfach mal weg schnetzeln genau macht er auch so jetzt kriegen wir schon wieder gut blau da ist er auch weg und jetzt sind wir eigentlich auf der gewinnerstraße würde ich sagen auf der gewinnerstraße so ja die ist breit die ist einfach nur breit so zack 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 reicht das immer noch nicht aber jetzt oder mensch du hältst aber was aus frickchen bist du etwa defensiv ne bist du nicht das war subzero so jetzt habe ich zwei angriffe um den sieg festzumachen ach und danach haben wir aber noch zehn andere ähm jo ähm hier haben wir Zeit oder ja so mit o mit o ne so 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 das passt das passt du kriegst die ja dann mach mal den ein traum das wir lila spielen würde ich sagen hat es geben aber nicht gehört oder es hat gehört und mag man es nicht so zack ach ich über ich bin ja warum gehe ich mit dem team rein jetzt muss hier einiges gut laufen damit es gut wird so zack jetzt mach mal erstmal den der wird alle treffen ja also das team ist nutzlos fällt mir grad auf im ausgleich ach ja es ist mega nutzlos boom hm wenigstens haben sie einen kong leben lassen so hm 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 er löst schon wieder aus also ich habe ja dreimal nicht nachgedacht bei der auswahl des teams das leader team in snowford ist schon dämlich und dann noch mit den leuten die buffs haben die lange halten im ausgleich krieg ähm stark dave richtig solides decision making so richtig ja natürlich fällt da die kaskade rein so dass die sich nochmal voll heilen das wird eine nullrunde das wird einfach eine nullrunde zack krass stark dann hauen wir hier nochmal drauf mit dem anderen team und gut also ich hab da grad echt äh das war ein gehirnfurz ähm gehirnfurz ja hm hm einmal nicht nachgedacht kann man das video wahrscheinlich auch nennen so warte und jetzt kommt lila am anfang oder was das ist ja mega belastend das ist ja mega belastend erst mal den vielleicht kommt hier nochmal blau oder rot das ding ist wieder durch würde ich sagen ok kriege ich jetzt auf dich schnell ein blaues match nö ok 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 so jetzt gucken wir mal was wir damit jetzt erreichen aber ich habe das gefühl wir kriegen ihn nicht tot ich habe das gefühl wir kriegen ihn easy tot auch hier lebt ja auch noch easy ja für win also von vornherein also war logisch beste team die haben ja keinen angriff mehr glückwunsch an unsere allianz ich gehe dann raus mit 253 ist okay schauen wir noch mal die def rein und die irgendwann mal stand gehalten hat hier two shot guck mal hier auch ein two shot mit 52 zusammen ist ja auch schon wieder unverschämt in den bonuspunkt gekommen noch ein two shot und noch ein two shot vier two shots kein einziger one shot auf meine def ich habe sie nicht geändert oder warte mal vielleicht kommt ja noch einer vier two shots da habe ich habe ich plus gemacht im krieg ich belange mich fürs zuschauen haut rein bis dann ciao 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 ciao